Es war bei einem Straßeninterview. Ich bin über die letzten Jahre immer wieder gern mit Straßeninterviews unterwegs in Fußgängerzonen, gemeinsam mit anderen. Wir kommen mit Passanten ins Gespräch und stellen zwölf ausgewählte Fragen. Es funktioniert jedes Mal. Die zwölf Fragen sind so, dass ich immer wieder den Eindruck habe, in diesem Moment denkt jetzt jemand von den Gefragten erstmals über diese oder jene Frage nach. Immerhin. Ich treffe also an diesem Nachmittag zwei Jugendliche vor dem Bahnhof. Sie haben Zeit und lassen sich auf das Interview ein. Und wir sind eine ganze Weile im Gespräch. Wir kommen zu Frage 7. Und ich frage die beiden, was ist eurer Meinung nach die größte Angst des Menschen? Interessant an dieser Frage ist, dass ich sehr allgemeine frage, die Antworten aber in der Regel sehr persönlich ausfallen. Das heißt, die Gefragten erzählen von ihrer persönlich größten Angst. So auch dieser Jugendliche. Er braucht gar nicht lang nachdenken. Es sprudelt regelrecht aus ihm heraus. Kaum habe ich die Frage gestellt. Die größte Angst des Menschen. Das ist doch, das eine im Leben zu verpassen, was einen ganz und vollständig macht. Oder, wenn es eine Berufung gibt, eben diese Berufung nicht zu finden. Ich bin hellwach, wie immer, wenn das Thema Berufung angesprochen wird. Er macht es, obwohl ich gar nicht speziell danach gefragt habe. Ich bin hellwach, weil ich seit vielen Jahren Kurse leite, die genau das zum Thema haben. Sie heißen jetzt Fokusberufung und sind im Katalog der Ehrenamtsakademie Meißen beworben. Dieser Jugendliche bringt quasi seine größte Angst mit Berufung und dem Verpassen seiner Berufung in Berührung. Ich weiß nicht, ob Sie das nachempfinden können. Zumindest etwas. Ich weiß nicht, wie stark Sie über Ihre Berufung schon nachgedacht oder reflektiert haben. Ein bisschen kann man es ja vielleicht doch verstehen. Überrascht bin ich, dass ein Jugendlicher an der Stelle schon so viel reflektiert hat. Wir Christen haben mit der Frage nach unserer Berufung ausgesprochen gute Karten. Denn die Bibel berichtet, ich möchte sagen, durchgängig in Geschichten von Menschen, die ihre Berufung gefunden haben, die sie entdeckt haben oder neu justiert. Und somit bekommen wir mit, welches Wesen Berufung hat und wie Berufungen mit Gott zusammenhängen. Dabei fällt auf, dass es Spuren Gottes in unserem Leben gibt, die auf unsere Berufung hinweisen. Es sind hauptsächlich drei Spuren. Die eine kommt aus unserer Persönlichkeit, wie hat uns der Schöpfer designt. Die nächste Spur kommt aus unseren Begabungen, welche Gaben hat uns der Heilige Geist speziell zugedacht. Und die dritte Spur kommt aus einem von Gott erfüllten Herzen, der Herzschlag, der darin zum Klingen kommt. Es gilt also nur noch, diese Spuren, die schon da sind, zu entdecken, zu lesen, zu deuten, herauszuhören, was sie von Berufung und über die Berufung erzählen. Wir Christen haben gute Karten, weil die Bibel uns immer wieder auf Berufung hin lenkt. Der Jugendliche hatte Berufung mit Angst verknüpft. Wir sagen zu Recht, Angst ist kein guter Ratgeber. Aber Angst weckt bestenfalls eine angemessene Aufmerksamkeit. Und diese angemessene Aufmerksamkeit möchte ich gerne bei Ihnen wecken für Ihre Berufung, für die Idee Gottes über Ihrem Leben. Warum gibt es mich? Was hat sich Gott bei mir gedacht? Was ist die Lebensspur, die ich hinterlasse? Wozu bin ich da? Es lohnt sich, aufmerksam zu werden, Berufung zu entdecken oder neu zu justieren. An diesem Sonntag wird in der Predigt sicher etwas von Josef erzählt werden. Josef schaut auf seine Lebensgeschichte und entdeckt Spuren Gottes in seiner Geschichte. Und er bringt es ganz pointiert dann so zum Ausdruck, als er seinen Brüdern sagt, ihr hattet mit mir Böses im Sinn. Gott hatte mit mir Gutes im Sinn. Mal so ganz auf den Punkt gebracht. Spuren Gottes im Leben entdecken, lesen und deuten, heraushören, was sie mir über meine Berufung sagen. Dazu möchte ich Sie einladen zu dieser neuen Aufmerksamkeit und vielleicht gemeinsam mit anderen, die ähnlich motiviert fragen, zusammenzufinden, vielleicht in einem solchen nächsten Kurs Fokus Berufung, der im Katalog der Ehrenamtakademie zu finden ist. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine neue Neugier und einen gesegneten Sonntag. Schöpfung, der im Katalog der Ehrenamtakademie und einen gesegneten Sonntag. Schöpfung, der im Katalog der Ehrenamtakademie